so hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen projekt bzw einem kleinen video aus der reihe play the demo wir schauen uns mal die demo von the makers eden an und vignettes ich habe keine ahnung in welcher sprache das sein wird wir sagen einfach mal beginn demo das wird dann wahrscheinlich englisch sein und schauen mal was so passiert also diese demo ist für mich wirklich komplett blind ich habe keine ahnung und lass mich einfach überraschen the makers eden und ein weißer mauskursor i wake up i see frosted glass pale blue with smooth ripples ich bin zu langsam glass eyes i know what they are but i'm painfully aware that i don't where am i systems nominal so two curious looking characters can i okay only two curious looking characters no matter what i do okay also zwei neugierig aussehende charaktere und ich kann auch keine anderen anklicken deswegen klicken wir doch mal die zwei neugierig ausschauenden charaktere an look it's active wir sind also künstlich do you see its eyes focusing it must have fantastic visual equity vielleicht sollte ich übersetzen ich gehe davon aus dass ihr englisch könnt siehst du wie seine augen fokussieren es muss unglaublich fantastische visuelle aktuatoren haben also sensoren im endeffekt the facial responsiveness so much range in emotion can you imagine the number of receptors each cell must contain die also facial heißt gesicht klar responsiveness ist halt die antwort der gesichtsausdruck ich glaube das am besten wenn wir das mit gesichtsausdruck und übersetzen so ein so weit das spektrum an emotion kannst du dir die anzahl der oder die zahl der rezeptoren für jede zelle vorstellen also die zelle enthalten entschuldigung wer sind sie wir sind überwacher wir überprüfen bloß oder lediglich ob entweder das gebäude geeignet ist für renovierung und renovation wir hätten nicht erwartet irgendwelche pots hier zu finden ganz besonders nicht ein einsames du bist in einem verlassenen gebäude in der innenstadt bei der metro was ist deine delegation meine delegation was meint ihr deine delegation du weißt nicht was das ist oder okay wie lautet dein name wir starten von dort mein name ist ihn du weißt schon ich es hat kein name denkst du es wurde programmiert ohne erinnerungen also es wurde ohne erinnerungen programmiert ich habe gehört dass das manchmal passiert nun das ist ungewöhnlich aber macht dir keine sorgen du kannst die speicherbank also die erinnerungen bank besuchen und ihnen deine cit id zeigen und sie werden das schon richten meine cit id was was ist das ist das hier halte dein handgelenk hier zeige dein handgelenk oh du hast keine nun das ist das ist sicherlich etwas ich frage mich warum du ohne eine cit nummer oder cit id erzeugt wurdest wir sollten das zum vorstieg den vorsteher berichten er ist ein illegaler bild also ein er ist ein illegales produkt also wenn es ein illegales produkt ist dann muss er das sofort berichten und nach einem reko team schicken was auch immer reko heißt so dass wir mit unserer arbeit fortfahren können warte hier wie lautet die nummer von diesem port hier 905 wir werden wieder kommen wenn wir mit dem vorsteher gesprochen haben und macht dir keine sorgen das reko team wird dir eine cit nummer zuweisen und auch eine delegation also wahrscheinlich ein auftrag ein lebensinhalt und dann kannst du mit deinem leben beginnen und die beiden gehen also das ist mehr so comic adventure korridor lichtschalter altes radio aus steckdose ein fenster also wie gesagt ich habe null ahnung von diesem spiel ich kann mir gut vorstellen dass wir sterben können ich kann mir auch gut vorstellen dass wir nicht sterben können ich habe keine ahnung was mich in diesem spiel erwartet ich habe einfach die demo gefunden und fand es interessant und ansprechend es ist scheinbar ein point and click adventure und ich müsste mal schauen ob ich hier vielleicht speichern kann f5 geht nicht ok kapitel speichern punkte alles klar gut dann schauen wir uns mal das radio an es ist ein uhr als radio wahrscheinlich wieder hergerichtet und umgerichtet dass es mit mk energie läuft ok das radio ist in die wand eingesteckt ich frage mich ob es immer noch läuft oh es läuft das radio ist an sieht so aus als ob es funktioniert der natürliche blaue schimmer oh gott ja dieser natürliche blaue schimmer der trägt halt schön also der passt halt irgendwie zu diesem zu dieser art von stil dieser subtile moderne akzent in der holzarbeit ja wir können ja mal gucken ob wir irgendwas finden so also ich finde da nichts so wir würden das ja alles durch ah ok gut dann fangen wir natürlich richtig an das machen wir dann wirklich ganz richtig also 0 0 0 dann zack 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 das ist natürlich schon ein bisschen ätzend muss ich sagen so boah ja das ist ja extrem ätzend ne ok gut dann lassen wir das erstmal schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um da ist ein lichtschalter ok die elektrizität funktioniert dieser ort hier kann nicht lange nutzlos gewesen sein oder vielleicht haben sie ihn vor kurzem erst angeschalten ich schätze mal sie haben noch nie was von lockpicks also wie heißt es Dietrichen gehört ein dorffragment ach ein ram battering ram ein rambock ich habe batterie ram gedacht ein riesiger batterieding die tür ist völlig zerstört äh waste not want not keine ahnung was das heißt i suppose they don't need doors for whatever they are doing to this place so ich schätze mal dass sie keine türen brauchen für was immer sie mit diesem ort hier vorhaben so lp records lps die sind wirklich alt allerdings sehen sie ziemlich gut aus zugestaubt zwar aber sie wurden schon lange nicht mehr gespielt magazine ein altes magazin 400 tote im stadtzentrum bei bei unruhen im stadtzentrum dieser artikel erwähnt ähm an ongoing uprising also äh ongoing halt laufende laufende aufstände oder unruhen ich frage mich ob dieses serigebäude irgendwas damit zu tun hat so gut gut dann waren wir hier schon dann können wir eigentlich mal in den korridor gehen wir können natürlich auch das licht ausmachen können wir offenbar nicht umdrehen können wir uns auch nicht ich denke dann haben wir hier alles gesehen über dieser raum ist ziemlich weit oben ich kann über den ich kann über das dach des nächsten gebäudes sehen dann schauen wir doch mal näher hin so die tür händel es gibt einen türgriff am unteren ende und wahrscheinlich schiebt die das fenster nach oben dann öffnen wir doch das fenster so wir müssen wahrscheinlich wirklich hier raus ich würde jetzt ganz gerne einfach für das protokoll in den korridor gehen ich denke da draußen fliegt eine klasse 3 drohne herum aber ja ja genau also wie gesagt wenn wir rausgehen werden wir sterben stop former occupant of recently discovered stasis pod i have been instructed to inform you that are free to roam around the apartment but not beyond the boundary of the doorway thank you for your corporation ok also wir dürfen hier nicht rumlaufen wir dürfen diesen raum nicht verlassen also gehen wir zum fenster wir schauen uns das fenster genauer an und wir verlassen es regnet wirklich stark ich schätze dass ich nass werden dass ich wohl nass werde wenn ich nach draußen gehe naja es gibt ein erstes mal für alles sie haben gesagt dass ich hier drin bleiben soll aber also schätze ich mal dass ich das jetzt erstmal tun werde ok wir müssen also die information bekommen und die information ist wahrscheinlich wirklich da drin oh bilderrahmen ähm die information ist wahrscheinlich wirklich im radio dass ähm wir getötet werden sollen oder irgendwie sowas und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal flüchten gut das heißt wir nein warte mal diese rahmen auf dem boden sind alle leer ok das heißt wir werden mit dem radio spielen ich glaube wir müssen da jetzt wirklich durch 10 zack 1 2 3 4 5 6 7 8 komm doch so zack das ist ja super spannend das ist ja super spannend wahrscheinlich gibt es irgendwo einen hint na so zack irgendwo gibt es wahrscheinlich wirklich einen hinweis welche frequenz sich einstellen muss aber ich finde ihn nicht deswegen machen wir den brute force attack ok also ich muss daran denken dass ich den 0 ja eh nehmen muss so da passiert natürlich gar nichts war klar so die hintergrundmusik ist ein bisschen suboptimal finde ich die ist nämlich ein kleines bisschen zu laut mein ich kann natürlich erstmal probieren durch die hunderter zu gehen um es dann feiner zu machen das kann ich natürlich probieren ich weiß nicht ob das was ändert also mein durch die ersten hundert waren wir ja aber ich höre auch wirklich gar nichts also ich würde halt irgendwie erwarten dass es sowas wie ein fein tuning gibt aber ich höre eigentlich bloß die hintergrundmusik aber ich höre eigentlich bloß die hintergrundmusik bloß in der hoffnung dass da irgendwo was sein könnte deswegen habe ich eigentlich gehofft dass es da sowas gibt die fein tuning ja das scheint wirklich nicht der fall zu sein das heißt ich muss da wahrscheinlich wirklich durchblättern es sei denn es sei denn ich finde irgendwo noch einen hinweis der mir sagt wonach ich schauen muss aber mir käme gerade wirklich nichts in den sinnen türfragmente bilderrahmen fenster radio also gut ich muss dann wirklich ich muss dann wirklich bei 100 war ich ne ich weiß es nicht mehr wo ich war ganz ehrlich nicht ich muss dann wirklich dadurch ich finde das schon ein bisschen ätzend muss ich sagen das ist wahrscheinlich wirklich irgendwie ne relativ hohe frequenz zack 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 also ok ich hätte echt gehofft dass es irgendwo ein hinweis gibt aber ich habe einfach jetzt nichts gefunden wäre einfach nur durchprobieren finde ich schon ziemlich maum muss ich sagen also hat mich jetzt am anfang total fand ich spannend aber ganz ehrlich frequenzen durchprobieren wenn ich ziemlich mein ok was war das jetzt es war nichts es war wieder hintergrundmusik ok frequenzen durchprobieren das ist ja natürlich radio das ist schon klar aber verdammt also schalter so nur hier tag 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 klar ist radio aber trotzdem ich hätte gedacht es gibt wenigstens nur eine regel also diese super duper alten welt empfänger das war natürlich so dass du halt durch gescrollt bist wirklich mit dem rad von links nach rechts und dann hat es halt irgendwo gerauscht und irgendwo hast du dann ein bisschen was gehört und dann hat es halt irgendwo gerauscht und irgendwo hast du dann ein bisschen was gehört und dann hat es dann besser langsamer geworden und das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet dass ich halt mich von oben ran taste erst muss ich die 100er durch ich höre da und was ich glaube ich sollte nebenher nicht labern zuerst müsste es halt die 100er durchblättern und dann dich immer feiner nach unten navigieren aber irgendwie glaube ich hier ist das so nicht vorgesehen das finde ich dann natürlich ein bisschen enttäuschend ganz ehrlich so den da den da den da den da also ja das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ätzend und für den vorspiel natürlich auch nicht so spannend muss ich sagen wie gesagt ich habe mir ein bisschen mehr versprochen jetzt von der demo wahrscheinlich ist das spiel sogar gute die stimmung ist ja gar nicht mal so schlecht bisher aber es ist halt schon ätzend dass quasi das erste rätsel eine frequenzsuche ist und zwar natürlich nicht die untere hälfte das war ja klar das wäre auch verwunderlich gewesen wenn es die gewesen wäre so und am ende kann ich mich dann fragen wenn ich nichts gefunden habe welche frequenz ich denn jetzt übersehen habe ach 905 wahrscheinlich die stand ja auf meinem pot ok 600 mache ich noch voll ähm und dann gehen wir mal auf 905 das nicht die die das to wake you and that puts you in a precarious situation whoever found you do not trust them leave immediately okay wunderbar das heißt jetzt ist gut okay das heißt jetzt zum fenster nach draußen schauen fenster öffnen nach draußen gehen okay graffiti irgendjemand hat dieses symbol an die wand gepinselt sieht aus wie eine person da gibt es ein ding da gibt es ein handtuch okay da gibt es eine hedge und das bedeckt natürlich die leiter da gibt es läden okay die frage ist natürlich ob ich nur beschränkte zeit habe oder ob ich durchaus mir etwas zeit lassen kann um mich genau umzuschauen so da gibt es eine linie also eine wäscheleine sieht aus wie ein ein kabel welches von einer alten telekommunikations netz zurückgeblieben ist und jetzt eben als wäscheleine genutzt wird zwischen den gebäuden ja das könnte ich machen ok also es klingt fast so als ob ich nicht sterben könnte insofern habe ich sowas wie ein inventar nein habe ich nicht insofern würde ich ganz gerne mal was anderes probieren aber ich sehe gerade eigentlich gar nicht wirklich viel okay also das war jetzt natürlich wieder mein blödsinn insofern da hat gerade irgendwas geflümmert insofern war das schon gar nicht so schlecht also halt ein bisschen irreführend aber was ist denn das da graffiti ja habe ich verstanden manche leute mögen wirklich ihre weißen handtücher da ist das ding kann ich wieder rein ok ich muss hier verschwinden es dann red and blue beacons of law enforcement vehicles the police and i'll bet they're here for me time to the moon also das standard rot und blau licht der gesetzes hüter fahrzeuge die polizei und ich schätze mal dass sie wegen mir hier sind also zeit sich zu verdurften lassen und so weiter da will ich nicht hin kann ich nach oben nein kann ich okay das macht er nicht das handtuch auch nicht die reling gibt es nicht die hedge geht sowieso nicht das padlock auch nicht da ist window kann ich mich umdrehen kann ich tasten benutzen kann ich f1 drücken für hilfe nein gibt es ein menü nein gibt es auch nicht ein mensch eine person ein laden also das ist fast schon wimmel bildartig so ich fahr mit der maus jetzt natürlich immer die gleichen stellen ab was natürlich ein bisschen ungeschickt ist also über die leine will er nicht gehen über die leine will er nicht gehen da ist das fenster nur wieder so mit diesem dieser fall tür kann ich nichts machen da ist der haken da ist das schloss da ist die fall tür da sind die läden ist auf der fall tür irgendwas ne das bloß dieses dieses schloss das vorhänge schloss und hier ist sonst nichts habe ich irgendwas übersehen gibt es hier an der kante noch irgendwas da ist graffiti reling polizeilichter auch reling auch läden da ist das handtuch ja ok lass uns hoffen dass das funktioniert so da geht es runter den hedge will ich eigentlich ganz gerne zu machen nein eigentlich will ich nicht runter ich würde ganz gerne nach oben wer unten sind der polizisten deswegen gehen wir mal also eigentlich würde ich ganz gerne hier rein ok so dann die leiter da würde ich ganz gerne hoch gehen mal ok das war fatal oder nee das war oder nee das war die neighborhood activity das not concern you citizen please identify yourself um schlecht gut wir probieren mal hier ja wir versuchen unseren freund zu finden nein das kann nicht warten ja genau ok und ich darf natürlich nicht mitgehen ok das ist natürlich die action dings aber unten lang wäre natürlich auch so gewesen jetzt bin ich neugierig was passiert wäre wenn ich unten lang gegangen wäre oh antikraftkammer unbeschädigt sollte ich rausholen dafür dass er nix weiß 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 er erstaunlich viel muss ich sagen ok hier gibt es eine maintenance tür ok dann gibt es hier vielleicht auch nichts rohre ja kann man vielleicht wieder runter gehen nee 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 nicht die beschädigte drohne keine beschädigte drohne die stadt die gebäude der stadt weiter im hintergrund erfüllend sehen äh viel verschwommener aus als diese apartment blocks also ansprechender so rum aber slums halt sind im allgemeinen mehr dichter besiedelt und diese überwacher schauten sich nach leeren gebäuden um die wieder hergestellt werden könnten so kann ich hier nicht irgendwo hin da gibt es rohre dann gehen wir mal hier wieder weg dann wäre ich wieder da unten wenn ich jetzt nach unten ginge gehen wir mal runter da ist ein fenster dann gehen wir doch mal da rein und hoffen dass wir von niemandem ertappt werden ein blaues leuchten oh das ist seltsam da gibt es was was versteckt wurde hinter dem sofa ähm und ich schwöre es hat sich gerade eben erst bewegt entschuldigung ich kann dich sehen wie du dich bewegst bist du die polizei nein einfach nur ich oh aber sie sind immer noch da draußen ganz sicher ne menge von ihnen versteckst du dich deswegen äh ja ist ähm weißt du du siehst äh entspann dich sie haben nicht gesehen wie ich hier reingegangen bin und ich werde dich auch nicht ich werde dir auch nicht wehtun ja ja natürlich ähm einer äh one just here so many stories about police taking citizens away i'm likely panicking äh panicking for no reason and no very silly of me ja ja ich weiß ähm man hört nur gelegentlich diese geschichten dass sie einfach bürger wegnehmen ähm und ich gerate schnell in panik völlig ohne grund das ist sehr sehr lächerlich von mir sie entführen sie entführen leute warum wirklich ich weiß es nicht ähm nicht 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 sicher zumindest aber ich habe meine meine Theorien oh äh ich sollte dich nicht nicht mit meinen lächerlichen Überlegungen äh oder mit meinem lächerlichen gebrabbel äh stören du siehst eher äh pflastert weiß ich gerade nicht irgendwie sonst um genau zu sein würde ich dich gerne würde ich gerne deine Theorien hören ähm oh das ist sehr angenehm nun ich glaube ich werde dich in eine kleine Verschwörung einweihen nämlich die dass sie wahrscheinlich diejenigen von uns entfernen die nicht ganz so perfekt sind wie sie indeed perfect surely one such as yourself knows that of which I speak perfection the ideal that we strive for you are such a wondrous specimen yourself I might add natürlich perfekt sicherlich eine solch eine wie von der du weißt wovon ich spreche perfektion das ideal nachdem wir alle suchen du bist so ein wunderbares ähm beispiel du bist ja selbst so ein wunderbares beispiel wie ich hinzufügen mag könnte sollte dürfte was auch immer danke schätze ich so wait you're telling me you think they take away androids that don't look perfect warte mal sagst du mir dass sie androiden entfernen die nicht perfekt erscheinen ich glaube ich bin wirklich noch ein mensch und die welt ist von androiden übernommen worden nun ja das ist genau das was ich vermute ich zum beispiel ähm bin sehr weit von diesem perfekten ideal entfernt und deswegen ähm bin ich nicht perfekt und das bedeutet dass ich einfach nur putze obwohl meine fähigkeiten weit über das hinausgehen you've been äh what was it delegated to being a cleaner because of the way you look äh du wurdest zu einem putzroboter gemacht nur weil du so äh weil du aussiehst wie du aussiehst nun ja äh du bist eigenartig weißt du nicht dass es das ist wie 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 das ganze läuft was ist deine aufgabe äh ja meine aufgabe das ist ein ein sehr rührseliges also ein ein heikler punkt ich ähm ich hab keine wie bizarr wie bizarr ich stelle fest ähm jetzt wo du deinen zustand erklärt hast ähm dass du auch keine sit idee hast ich schätze mal deswegen bist du der grund warum die polizei hier ist ähm ja tut mir wirklich leid ähm verstehst du es ist schwierig zu zu erklären ähm sie haben mich aus einem pot geholt und ich weiß nicht wirklich wer ich bin oh 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 das ist wirklich sehr interessant aus einem pot heraus keine zit id und ohne auftrag ich schätze mal du bist weit davon entfernt der zu sein für den ich dich gehalten habe wenn man bedenkt dass ich es auch nicht weiß denke ich kann ich dir vergeben dass du es auch nicht besser weißt yes well that is quite a pickle you are in I feel inclined to help if I can but this is no way to begin any kind of relationship so let us deal with formalities I am 59062 and I am rather pleased to make your acquaintance nun das ist ja wirklich eine schreckliche situation in der du bist und ich fühle mich geradezu aufgefordert dir zu helfen aber ich möchte gleich einwerfen dass das keine schöne art ist eine beziehung einzugehen also sich kennen zu lernen also lass uns die formalitäten bedienen ich bin 59062 ich weiß nicht ob ich mir das aufschreiben sollte ich tue es einfach mal 99062 und ich bin sehr erfreut deine bekanntschaft zu machen I'd say that's an odd name but the closest I have to name right now is 905 ich würde sagen das ist ein seltsamer name aber das nächste was ich habe was an einen Namen kommt ist 905 ich glaube die 905 sollte ich mir auch mal aufschreiben warum auch immer ein sehr feiner name wirklich gut ähm nun erstmal du wirst eine menge Aufmerksamkeit auf dich ziehen äh in diesem unzivilisierten Aufzug hier nimm diese ich glaube die werden dir passen hey danke das ist sehr aufmerksam von dir ähm also gibt es eine Möglichkeit den ganzen Leuten aus dem Weg zu gehen die danach trachten mich zu arrestieren also zu verhaften I'm afraid I find myself myself unable to offer any beneficial suggestion the guard has been posted at the building entrance I can't leave myself and I don't even live here es tut mir leid dass ich wahrscheinlich unfähig bin äh eine wertvolle einen wertvollen Vorschlag oder einen einen wertvollen Beitrag zu leisten eine Wache wurde beim Eingang des Gebäudes postiert und ich selber kann auch nicht dieses Gebäude verlassen und ich wohne nicht mal hier wieso hast du deine Klamotten da nun dann schätze ich muss wohl einen anderen Weg finden der ist an alley behind the building that should conceal you from the police activity but there is no direct route or direct route to it and I'm at a loss as to how you might descend several stories unscathed nun es gibt einen eine Gasse hinter dem Gebäude das dich vor den ähm Aktivitäten der Polizei bewahren sollte aber es gibt keine direkte Route dahin und ich weiß nicht wie du dahin kommen solltest indem du mehrere Stockwerke hinabsteckst ohne entdeckt zu werden nun ich hatte gehofft dass ich die Antigravitationskammer von der Drohne ähm verwenden könnte die ich gerade auf dem Dach zerstört habe oh das war das Geräusch das ich gehört habe ja das war wohl ich als ich die Drohne ausgenockt habe ähm leider hatte ich nicht sonderlich viel Wahn sie wollte mich verhaften nun dann war es das wohl das Beste wie kann ich dir helfen nun ähm der Behälter der die Antigravitationskammer hält braucht wohl ein G-Type-Differenzial äh du hast nicht einen nun ich habe schon einen und du kannst ihn gerne haben ich habe zu Hause einen Ersatz und ich kann mir nicht vorstellen dass ich ihn hier brauchen werde ich hatte das Gefühl dass du einen bei dir tragen würdest du planst du planst zu die Antigravitationskammer und du hast ihn zu desend zum den Alleyway ingenierend und ziemlich sad jetzt ich consider du die platt zu wissen so viel über die Welt und jetzt so wenig von dir selbst curious und melanchol Du planst also, die Antigravitationskammer zu wenden und sie zu nutzen, um in die Gasse hinabzusteigen. Unglaublich und ziemlich traurig. Jetzt, wo ich bedenke, dass du so wenig von der Welt weißt und auch so wenig von dir Neugier und Melancholie. Nun, ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken. Of course, how utterly insensitive of me. Natürlich, wie unglaublich, äh, also das Gegenteil von einfühlsam, äh, von mir. Entschuldige bitte, viel Glück mit deinem unglaublichen Plan. Ach Gott, ist das eine Formulierung. Mein guter Freund 905, vielleicht sollen wir uns wieder treffen. Du warst eine große Hilfe, 59062. Danke und auf Wiedersehen. Wunderbar. Das heißt, wir haben den jetzt, ich würde jetzt wirklich ganz gerne eigentlich den Hedge darunter. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht erwischen lassen, weil ich das Gefühl habe, dass das mit diesem Kapitel dann rum ist, dass ich dann alles nochmal nochmal machen muss und da habe ich eigentlich nicht wirklich Lust drauf. Okay, so, also schnappen wir die Drohne. Ja, okay, wir machen also quasi die Aktion. Der Plan hat funktioniert. Ich habe mir die Antikravitationsmechanismus geholt, äh, an meine Brust geheftet und bin elegant, also gently, ähm, sanft hinab in die Gasse getrieben, geschwebt. Sicher, äh, außerhalb der Sicht der Polizeifahrzeuge und der anderen Seite des Gebäudes. Die Alley war empty, but for one bedraggled resident, a homeless man in the tattered clothing, sat huddled against the wall, watching with curiosity, as I landed in a shallow puddle, a spark of interest in his tired eyes. Die Gasse war leer, bis auf einen armen, äh, ein Obdachloser Mann, äh, in zerrissenen Kleidern, saß gegen die Wand gelehnt, der mich voller Neugier betrachtete, als ich in einer niedrigen Pfütze landete. Ein Funken von Interesse in seinen müden Augen. Danke, dass sie die Demo gespielt haben. Du kannst uns unterstützen, indem du die, das, also die Vollversion, das volle Spiel wollte ich gerade sagen, indem du die Vollversion von Makers Eden, ScrewlightBout.com oder auf Steam kaufst. Die Links sind dann eben auch in den Kommentaren, äh, eben in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Und auch andere, wenn ich noch andere Links finde, zum Beispiel für GOG oder so, ich weiß nicht, ob es das Spiel bei GOG gibt. Wie auch immer, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Es hat schon Spaß gemacht und es war bei weitem, ähm, weniger blöd, als ich am Anfang mit dem Radio vermutet hatte. Und, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Demo dann vielleicht mal wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.